Was geht ab, liebe Leute? Ich bin wohl wieder am Start hier mit einem neuen Video. Und wie ihr wieder sehen könnt, bin ich hier wieder auf meinem Board drauf. Vielleicht sieht's gerade noch drauf. Heute geht's um den Frontside-Flip. Glaubst du, ich schaff das? Ja. Weißt du, wie der aussieht? Nein. Ja, meine Freundin ist heute diesmal hinter der Kamera. Don't judge me für meinen Style. I just stopped mit Nike-Schuhen. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt rein in den Park. Dann legen wir los. Frontside-Flip. Zu einem Frontside-Flip gehört eigentlich ganz schlechte Begreifen. Ergreifen, schlechte Begreifen, ergreifen, was auch immer. Ein 180, den haben wir ja letztes Mal schon bei mir gesehen auf meinem Kanal. Und ein Kickflip, den haben wir bis jetzt noch nicht wirklich im letzten Video gesehen. Und ein Frontside-Flip ist halt einfach nichts anderes wie beide Tricks kombiniert. Das heißt, ich dreh mich 180 Grad, mach den Kickflip und lande ihn. Ich hoffe, wir schaffen den. Ich hol mir keinen Bänderriss. Wobei, ich kann mir eh keinen Bänderriss mehr einholen. Meine Bänderriss sind so gedehnt. Ich werde wahrscheinlich kurz so 2 Minuten Schmerzen haben und dann wieder weiterfahren können. Wir sind ja eh durch. Frontside-Flip. Aha. Aha. Zweiter Versuch. Ich stürfe ihn jetzt. Jetzt schaffst du ihn. Ich schaffe ihn jetzt. Ah. Zweiter Versuch. Ich stürfe ihn jetzt. Oh. Konzentrier dich nicht zu arg. Okay? Ja. Man sieht, du konzentrierst dich zu arg. Frontside-Flip? Habe ich erfunden. Ja? Ich habe mich zu arg konzentriert. Viel zu arg konzentriert. Ich habe mich viel zu arg konzentriert. Ich habe mich viel zu arg konzentriert. Was geht? Sehr zufrieden, ey. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, ich brauche jetzt locker für den Frontside-Speed so eine Stunde. Aber dass ich den jetzt schon fache. Siehst du? Also, wenn es dafür jetzt keinen Daumen nach oben Spam gibt, ja? Da habt ihr keine Seele, kein Herz, keine Gefühle. Menschlich gesinnt, sämlich abstoßen. Wohin? Ja, ich bin zu weit geflogen. Alter, der wäre sogar richtig schön geworden, gell? Ja. Der war richtig saftig gecatcht. Warum komme ich hier? Guck mal, ich mache den Flug von hier, okay? Ich gehe extra hier hin. Man fliegt immer dahin, wo man hinschaut. Ja, wahrscheinlich schaue ich gerade dahin, wenn ich den Flug war. Sagt man halt so. Soll mein Kopf dann rein, wenn ich gehe oder was? Okay, mach was anderes. Nein! Ich muss ihn jetzt schaffen. Ich weiß, warum es lag. Er sagt Kühlsenkel. Komm, der muss ihn einmal vormachen, dann mach ich ihn auch. Komm mal her. Jetzt sollte ich wahrscheinlich nach Hause gehen. So warte es auch viel zu lange. Jaja, aber das Ding ist immer, wenn ich den gerade machen will, dann geht mein Körper nach vorne und dann verzieht sich mein Boot nach hinten. Aber jetzt geht's noch mal! Wuuuuh! Das war das! Hey! Bumf! Wuhuuuuh! Bumf! Bumf! Oh! Bumm! Bumm! Oh! Bumm! 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 Ja, das muss ich auch schaffen. Anders geht's nicht. Ich mach ganz kurz eine kleine Pause. Ganz längst ist er so. Ah, ich hab echt krank, gell? Ey, was hast du davor? Kein Spaß, ich hab echt das Piroprin gekrampft. Echt? Ja, ja. Ich kann auch im Weg gehen. Wo bleibt mein Applaus? Da ist er. Fuck, ist mir schwinglich. Ey, ich will nichts machen. Ey. Ich will nichts machen. Jetzt kommst du dich nach unten. Easy, easy. War als ob ich gar keine Pause gemacht für den Skate. Pass auf. Das nervt dich. Ich bin zu alt für die Scheiße. Nein, der Z hat doch nicht die Schnauze. Es ist leicht, der Z nervt sich der Trick. Das sieht man eh nicht. Es ist dunkel. Kann doch nicht wahr sein, oder? Fahr doch einfach mal ein bisschen. Nee, nee, nee. Mich fuckt das gerade richtig ab, nee. Ja, und dabei belasten wir's. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lass den Daumen am Video nach oben, da ihr wisst Bescheid. Und ich bin so fertig. Ich hab das Gefühl, ich hab zwei Jahre nicht geschlafen und zehn Jahre am Stück Sport betrieben. Leute, macht's gut. Schreibt's in den Kommentaren, welchen Trick ich einfach noch üben sollte. Oder wie Mo es gemacht hat mit dem Glücksrad. Ich hab auch ein Zuhause. Ganz interessant. Mit Mo wird auch noch ein Video folgen. Ich hab's für den schon abgeklärt. Wir müssen jetzt nur noch einen Termin finden, wann. Macht's gut, Leute. Daumen nach oben. Morgen ist Freit. Übermorgen ist Freit. Ach, stimmt. Bis Sonntag. Ciao.